hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe des item shop watches mein name ist eckles und ich zeige euch heute das aspekt meister großschwert im englischen heißt das aspekt masters great sport es kostet 600 edelsteine ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr sehen könnt, hat es zwei Klingen und es leuchtet beim Ziehen. Ansonsten hat es nicht besondere Effekte. Ich habe jetzt zumindest bei mir auch der Wächterin keine entdeckt. Wenn ich mich aber nicht täusche, ist es das Großschwert, was der Aspektmeister hat, den wir in der lebendigen Welt 2 treffen. Ansonsten Kritik gerne in die Kommentare und bis zur nächsten Ausgabe.